Yom al-Qiyama wird es einen Diener geben, der zu Allah spricht. Allah wird zu ihm sprechen. Und sagen, mein Diener, wenn ich dir die ganze Dunia und das, was auf hier ist, geben würde aus Gold, alles was auf hier ist, jedes Auto, jedes Reichtum, jede Diamante, jede Edelsteine, jede Uhren, alles was darauf ist, worauf die Menschen sich verrückt machen, ich gebe dir das. Aber alles aus Gold. Würdest du das auf meinen Weg spenden? Und der Diener oder die Dienerin sprechen, na, mir ab. Natürlich will ich das auf deinem Weg spenden. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu euch in Keddebt. Du hast gelohnt. Denn ich wollte viel weniger von dir auf dir. Ich wollte von dir, la ilaha illallah. Und selbst das hast du mir nicht gegeben, mein Diener. La ilaha illallah, walhamdulillah. Haltet euch an diesem Dien fest. Haltet an dem Tawhid fest. Lasst euch nicht von dem Schaitan und seinen Anleitern eure Religion kaputt machen. Lasst euch nicht vom Tawhid abwenden, wegziehen lassen. Denn vergisst nicht. Wallah, ihr werdet euch so freuen am Jungen Qiyama, dass ihr diese Religion festgehalten habt, während alle anderen losgelassen haben.